Herzlich willkommen zum ersten Messetag der DKM 2018. Auch in diesem Jahr treffen sich hier wieder zahlreiche Versicherungsexperten und Top-Entscheider der Branche. Die Messehallen sind schon ordentlich gefüllt und wir sind natürlich wieder für Sie mittendrin. Nach meinen Einschätzungen ist die DKM 2018 sehr erfolgreich gestartet. Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen von den beteiligten Ausstellern bekommen und das ist für uns das wesentliche Kriterium. Wenn die Aussteller zufrieden sind, sind auch wir zufrieden und es scheinen zahlreiche Besucher hier nach Dortmund gekommen zu sein und es attraktive Rahmenprogramme und die zahlreichen Aussteller scheinen seine Wirkung erfüllt zu haben. Was für ein erfolgreicher erster Messetag hier auf der DKM 2018. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren und ich sage an dieser Stelle Tschüss und bin jetzt schon gespannt, was uns auf der DKM im nächsten Jahr wartet.